Isabel Rühne ist seit 2017 die künstlerische Leiterin unserer berufsbegleitenden Weiterbildung zur zertifizierten Ballettpädagogin nach Vaganova für den Unterricht mit 6- bis 18-jährigen Laien. Isabel bringt hierfür hervorragende Ausbildungs-, Unterrichts- und Bühnenerfahrung mit. Das Weiterbildungskonzept ist entsprechend pädagogisch ausgereift, zeitgemäß praxisnah und gesundheitsorientiert, genau passend auf die Bedürfnisse und Anforderungen im Ballettunterricht mit Laien. Seit 2020 findet diese Weiterbildung online live über Zoom statt, was sich zunehmend als vorteilhaft und hervorragend umsetzbar erwiesen hat. Isabel versteht es auch online perfekt, individuelle Hilfen und Korrekturen zu geben. Für jede der 5 Altersstufen bietet sie einen kompletten Lehrplan. Ergänzende praxisnahe Hausaufgaben, methodische Übungen und der rege Austausch in Peergroups runden unser Konzept ab. Du kannst die 7 Pflichtmodule flexibel in deinem Tempo absolvieren und auch die Prüfung erst dann machen, wenn du dich dazu bereit fühlst. Aber du kannst auch nur an einzelnen Wochenenden deiner Wahl ohne Zertifizierung teilnehmen. Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Was Isabel auszeichnet, ist diese besondere Mischung aus umfangreichem Wissen und Erfahrung, Kleid und Humor und ihrem liebevollen, sympathischen Wesen. Freu dich mit uns auf Isabel Rühne und unsere GastlehrerInnen für Anatomie und die Special Classes. Hallo, hier bin ich, ich bin Isabel und ich freue mich euch sehr bei Gina Workshops demnächst kennenzulernen.